Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Simeon Kramer und der VfB hat am Wochenende richtig den Arsch versult bekommen. Mit 1 zu 5 haben die Schwaben bei RB Leipzig verloren und zudem geht das Transferfenster noch knapp zwei Tage. Also es ist einiges los beim VfB Stuttgart aktuell und wir haben einiges zu besprechen hier und heute in der Podcast-Folge. Und um über diesen ganzen Themen zu quatschen, habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen. Es ist nämlich die letzte Woche, in der mein Kollege Danny Gahl im Urlaub ist. Deswegen begrüße ich hier recht herzlich vom SWR den Michael Bollenbacher. Bolli, grüße dich. Simi, servus. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich. Ja, sehr gerne. Letzte Woche hatte ich den Daniel Haug im Podcast. Den haben viele an der Stimme erkannt, aber nicht am Gesicht, weil er ja fürs Radio zuständig ist. Dich, Bolli, kennt man Gesicht und Stimme. Du bist nämlich für den SWR am Start und machst unter anderem das Format Dein VfB. So sieht es aus. Es gibt mein VfB, es gibt jetzt auch Dein VfB, schon länger. Und ich habe gelernt, was es heißt, hier Hashtag VfB zu sein die letzten beiden Jahre. Und wir machen natürlich weiter. Ja, schön, dass du da bist, Bolli. Ganz kurz, der Werbeblog noch. Schaut doch mal rein. YouTube, Dein VfB, Format vom SWR. Da seht ihr sein Gesicht. Er macht es super. Ich bin sehr, sehr gerne ein Schauer und Hörer von eurem neuen Format. Ich finde es klasse mit Witz. Also steige ich mit ein bisschen Geschleime hier in die Folge ein. Ich hoffe, du dankst es mir als Supergast. Ich höre auch regelmäßig euren Podcast und schaue ihn neuerdings auch. Ah ja, es gibt ja jetzt... Von dem her Schleimspur hin, Schleimspur her. So können wir anfangen. Wir starten, oder? Wunderbar. Wir schauen zurück auf das Leipzig-Spiel, Leute da draußen. 1 zu 5, Niederlage. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was mit diesem Spiel anfangen soll, Bolli, weil aus meiner Sicht der VfB eine erste Halbzeit gespielt hat, die ich so nicht habe kommen sehen, die ich auch so nicht erwartet habe. Umso schlimmer war die zweite Halbzeit. Wenn du einen Strich unter diese Partie ziehst, so mal ganz grundsätzlich, was war das für dich für ein Spiel? Ich finde es, rein vom Ergebnis her ist es dann nach der ersten Halbzeit so ein Dampfhammer, der da irgendwie draufschlägt und du denkst, boah, jetzt stehen wir hier mit einem 1 zu 5, haben eigentlich eine gute Partie gespielt, 45 Minuten lang und denkst, okay, ich glaube so bei manchem VfB-Fan nach der ersten Hälfte, ey, vielleicht geht hier was, dass wir zumindest einen Punkt mitnehmen, das wäre schon ein Erfolg. Ich erinnere mich, im Januar war es so, da hatte der VfB, glaube ich, sechs oder acht Spieler nicht dabei und geht da knapp mit 1, 2 raus und ich glaube, nach der ersten Halbzeit haben viele gedacht, hey, da könnte was gehen, dass es dann die zweite Hälfte, dass du so rasiert wirst, auf Deutsch gesagt, hat man nicht kommen sehen, aber es war halt dann RB Leipzig und irgendwie muss man sich, glaube ich, das hat Sebastian Hoeneß bestimmt gemacht, sich auch selber eingestehen, dass es am VfB selbst auch lag. Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass es mir schwerfällt, diese Partie zu einzuordnen, weil, also in der ersten Halbzeit war auch ich sehr überrascht, also ich war positiv überrascht von der Leistungsfähigkeit des VfB, ich fand, sie waren giftig, sie waren aggressiv, sie sind gut in die Zweikämpfe gegangen und, was ich selten gesehen habe bisher, sie waren sehr nicklich. Also ich fand, der VfB ist wirklich in so viele Infights gegangen, hat den Leipzigern da echt den Zahn gezogen mit so ganz kleinen, kribbeligen Fouls im Zentrum und ich habe auch in der Halbzeit einen Tweet abgesetzt nach dem Motto, Leute, so habe ich den VfB schon lange nicht mehr gesehen, beziehungsweise fast noch nie gesehen, das ist ein neues Gesicht, ein neuer Punch dahinter, eine Grundaggressivität im Spiel, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Und dann kam eben diese zweite Halbzeit und diese zweite Halbzeit fällt für mich unter den Status so auf dem Boden der Tatsachen angekommen, so die Grenzen aufgezeigt bekommen, weil zum einen fand ich, hat der VfB in Halbzeit 2 all das vermissen lassen, was er in Halbzeit 1 gut gemacht hat, nämlich sie haben überhaupt keinen Zugriff mehr aufs Spiel gehabt in Halbzeit 2, sie sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen, sie haben den Leipzigern die lange Leine gelassen und es wurde bitter bestraft und sie kamen auch schläfrig. Aus der Kabine in der zweiten Halbzeit und dazu gehört aber auch, dass Leipzig ultrastark war. Also was die für einen Druck aufgebaut haben, absurd, oder? Ich glaube Marco Rose hatte ja so einen Hals, wenn man den gesehen hat, erste Halbzeit, als dann da irgendwie eine Entscheidung nicht gegeben wurde, ich meine es war dieser Elfmeter, wo dann irgendwie Gerasi geschuckt wird und auf, ich glaube Orban drauf fällt. Da, der hatte so einen Hals, das hat er wahrscheinlich in der Kabine nochmal mitgeteilt und die sind, als hättest du die Hunde von der Leine gelassen, so kamen sie raus. Ich glaube das Problem vom VfB war einfach, dass du diese, ich fand es bewundernswert, diese Aktivheit in der ersten Halbzeit und dass dieses Aktive nicht mehr da war. Du hast dich komplett bespielen lassen und das ist halt natürlich tödlich gegen RB Leipzig. Es ist RB Leipzig, die haben nicht umsonst Bayern 3-0 weggeklatscht im Supercup. Dass das dem VfB passieren kann, okay, finde ich auch. Nur die Art und Weise ist dann, glaube ich, ein bisschen enttäuschend und zeigt auch, dass der VfB eben noch komplett in der Entwicklung ist, auch unter Sebastian Hoeneß, hat er ja selbst auch gesagt. Aber ich glaube, dadurch, dass du dir dieses Aktive nicht beibehalten hast, Verantwortung weitergeschoben etc. pp. kombiniert noch mit Fehlern und eben auch dieser Körpersprache, die dann durch diese ein, zwei Patzer hinten, ich erinnere an den zweiten Patzer auch von Nübel, der ja wirklich einer war, wo es dann zum Glück aus VfB-Sicht abseits ist. Aber ich glaube, dass das in Sachen Körpersprache, in Sachen Selbstsicherheit dem VfB richtig reingehauen hat und dass das die Mannschaft auch verunsichert hat. Also ich meine jetzt nicht hier Nübel-Bashing, sondern ich meine, dass es, was die Körpersprache anbelangt, sich der VfB da einfach hat von Leipzig bespielen lassen. Und das das Problem war auch so ein bisschen. Gar nicht unbedingt, dass man es nur spielerisch löst oder sonst was und in die Zweikämpfe nicht mehr, sondern einfach eingeschüchtert war. Und ich glaube, das ist ein ganz großes, ganz großes Ding, dieses Mentale auch, was du irgendwie verarbeiten musst. Gerade in so einer Partie, wo wahrscheinlich ein Trainer von außen auch nur bedingt dann in den ersten zehn Minuten, wenn es dann hektisch wird, eingreifen kann. Also das fand ich schon ein bisschen, ja, es kam überraschend und ich weiß nicht, wie man es hätte aufhalten können sozusagen. Ich fand es schwer. Also und dann ist es halt innerhalb, es waren 13 Minuten von einem 1-1 zu einem 5-1. Das war halt, das war krass einfach, fand ich. Ich finde, dieses 1-1 steht sinnbildlich dafür, was der VfB in Halbzeit 2 gemacht hat, nämlich Verantwortung weitergegeben. Also wenn wir uns das Tor noch mal anschauen, ihr habt es ja sicherlich auch gesehen, dieses 1-1. Zuerst spielt Ito zurück auf Zagadou, dann spielt Zagadou zurück auf Nübel. Sebastian Hoeneß hat auch nach dem Spiel gesagt, da wurde doppelt Verantwortung abgegeben. Also Ito wird nervös, will nicht den Ball nach vorne spielen auf den Sechser oder auf den Außen, sondern schiebt Verantwortung ab, weiter nach hinten. Zagadou kriegt auch den Ball, anstatt dass Ito sich dann abfallen lässt und sich wieder anbietet. Wird Zagadou auch nervös, schiebt den Ball auch wieder so halbläschig zum Torwart zurück, auch Verantwortung abgegeben. Und dann ist Nübel der Depp in der Kette. Also es sieht halt am dümmsten aus, weil er ist natürlich der, der den Fehler initiiert. Aber die Fehlerkette beginnt ja schon viel früher. Und Sebastian Hoeneß hat nach dem Spiel auch gesagt, ihm wäre es lieber gewesen, wir hätten diesen ersten Ball gleich geklärt. Also Ito muss nicht nach hinten spielen, Zagadou auch nicht. Und deswegen war das Tor für mich sinnbildlich, Verantwortung abgegeben, nervös geworden, Angst gehabt. Ich finde, aktiv trifft es gut, was du gerade gesagt hast, so fehlende Aktivität. Und dazu gehört auch Nervosität oder Nervosität. Und da hat ja Hoeneß nach dem Spiel auch nochmal gesagt, das war ja klar, dass es psychologisch für uns dann so dieser Knackpunkt war. Also du kriegst dieses 1-1, dann patzt Nübel, du kriegst das 2-1, wird aber zurückgepfiffen. Und da finde ich, hast du gemerkt, wie die VfB-Mannschaft angefangen hat zu wackeln. Die wurde zittrig, die Aktionen waren nicht mehr sauber, viele Fehlpässe im Spielaufbau, du hast überhaupt keine Ruhe mehr ins Spiel bekommen. Und dann ist Leipzig halt auch einfach eine unfassbare Maschine. Und Orban hat, also Willi Orban, der Kapitän von Leipzig, hat nach dem Spiel auch nochmal gesagt, jede Entscheidung des Schiedsrichters gegen uns hat uns noch mehr angestachelt. Und es ist bei denen dann quasi ins Positive gekippt. Es gibt ja Mannschaften, da kippen so Fehlentscheidungen ins Negative und die verzetteln sich. Bei Leipzig hat es dazu geführt, dass die erst richtig Gas gegeben haben. Die haben sich angezündet durch diese Entscheidung und vielleicht nochmal zu Zagadou und Nübel. Der Pass war natürlich zu lasch gespielt, fand ich, von Zagadou. Dass dann natürlich Henrichs dazwischenspritzt und der Ball so abgefälscht wird, dass der reingeht, passiert vielleicht auch einmal in zehn Versuchen. Also natürlich hätte der auch übers Tor fliegen können, dann sagt jeder, da hat aber der VfB nochmal Glück. Und man muss natürlich dazu sagen, finde ich ganz klar, Nübel hat davor richtig gut gehalten. Diese Parade nach diesem Freistoß aus dem Halbfeld, Monsterparade, die er da irgendwie mit dem Oberarm rausholt. In Eins-gegen-eins-Situationen war er gut, bei hohen Bällen ist er sowieso. Glaube ich, da sind die VfB-Fans schon mal ein bisschen, da ist der Puls ein bisschen niedriger als vergangene Saison. Von dem her fand ich es dann auch teilweise unfair, was da irgendwie im Internet wieder geschrieben wurde. Das sind dann natürlich die emotionalen Reaktionen, aber ich glaube, dass du hinten schon einen Rückhalt hast. Aber dass ganz viel eben auch davon ausgeht, was machen die Innenverteidiger, wie ist da die Körpersprache, wie mutig spielen sie raus. Klar, es kam noch unglücklich dazu, dass, glaube ich, beim 1-2 Karasor draußen war. Kommt auch noch dazu, aber ich glaube, sie hätten es auch so letztlich verloren, weil eben dieses Aktive gefehlt hat, weil es Mutige gefehlt hat. Es gab ja kaum noch Entlastung. Ich glaube, Gerasi hat dann auch nichts mehr vorne gehabt. Ich erinnere mich an einen Schuss von Leveling irgendwie. Das war aber, als es schon 1-5 stand. Und auch die Einwechslungen haben im Prinzip nicht mehr viel letztlich beitragen können, weil das Spiel war eh schon verloren. Eckloff hat mich gewundert. Ich glaube, du hast geschrieben, Mio kurzfristig mit der Wade raus. Das hat mich gewundert. Er hat, glaube ich, relativ laufstark, war sonst für mich eher ein unauffälliges Spiel gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern Mio gefehlt hat. Gegen Bochum war er relativ defensiv. Ob er jetzt da defensiv hätte, glaube ich, jetzt nicht viel besser machen können als Eckloff oder hätte jetzt nicht viel Besseres gezeigt. Und auch, glaube ich, ja, es ist für mich einer, der vielleicht den Unterschied machen kann diese Saison. Aber in diesem Spiel hätte auch er nichts daran ändern können, wenn man so von der Körpersprache her rangeht. Und das muss halt jetzt am Samstag gegen Freiburg schon wieder anders werden. Auf jeden Fall. Und Stichwort ist da, glaube ich, auch nochmal überrannt werden. Also du hast ja gesagt, in 13 Minuten fünf Glocken kassieren. Das ist ja klassisch überrannt werden. Also der VfB war da chancenlos. Und ich glaube, da sind wir auch noch so ein bisschen beim Thema Konstanz. Was ich auch spannend fand, denn nach dem Spiel, dass Sebastian Hoeneß die Partie eigentlich relativ smart, so wie er ja grundsätzlich auch schon Auftritt, eingeordnet hat. Nämlich zum einen erste Halbzeit. Der VfB schafft es, gegen gute Gegner mitzuhalten. Also der VfB schafft es da auch mal, wie gegen Bayern in der vergangenen Saison 1 zu 2, Dortmund 3 zu 3. Der VfB hat durchaus das Potenzial, gegen solche Mannschaften mitzuhalten. Das ist das eine. Das andere wiederum ist, dass sie es eben nicht über 90 Minuten schaffen, dass es noch viel Arbeit gibt. Und da sind wir beim Stichwort Konstanz, Resilienz. Wie gehe ich mit Stresssituationen um? Wie gehe ich mit Druck um? Und da hat die zweite Halbzeit einfach gezeigt, dass der VfB noch viel, viel Luft nach oben hat. Dass sie erst am Anfang der Entwicklung sind. Und es ist ja auch so, dass Hoeneß gesagt hat, das ist für mich nichts Neues. Also das sind zwei Erkenntnisse, die wir hier nochmal gesehen haben im Spiel. Aber die mich nicht überraschen. Und ich glaube, die auch dich, Bolli, nicht überraschen, oder? Nein. Und es ist halt, wie du sagst, also das 1-5 war jetzt krass negativ im Sinne vom Ergebnis. Bochum-Spiel kannst du kaum werten. Jetzt spielen die 1-1 gegen Dortmund und du denkst wieder, was ist denn jetzt los? Ja, es ist schon wieder typisch Bochum. Daheim zeigen sie dann wieder ein anderes Gesicht. Aber du kannst beide Spiele, finde ich, auch noch nicht so richtig werten. Und es hat mich dann auch nicht überrascht, dass der VfB auch zu so einem Spiel fähig ist. Und dass eben die Konstanz dann vielleicht fehlt. Ich finde es spannend zu beobachten, ob der VfB einen Schritt nach vorne gemacht hat. Diese Saison, ich glaube, letzte war ja das große Thema, auch Chancenverwertung. Was auf Platz 5 oder 6 wäre der VfB, glaube ich, gewesen, was rein das Herausspielen anbelangt. Aber was Expected Goals anbelangt. Und das umzumünzen auch mal in Effektivität, das wird die ganz große Aufgabe, glaube ich, diese Saison. Was ja schon gut war unter Sebastian Hoeneß gegen Ende der Saison, als man, außer eben dieses 1-1 gegen Hoffenheim, wo man sich wieder ein bisschen verspielt hat. Aber ansonsten war da natürlich ein Schritt nach vorne. Ich glaube, es war jetzt erst, war es die zweite Bundesliga-Niederlage unter ihm. Ich glaube schon, ja. Von dem her hat er schon ein bisschen Input gebracht, was die Konstanz anbelangt. Aber ich glaube, weiterhin das zu schärfen, auch dieses Mentale, das hat Labbadia nicht geschafft. Das hat Matarazzo am Ende nicht mehr geschafft. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe von Sebastian Hoeneß. Weil die Spieler dazu hast du eigentlich. Du musst hinten halt auch die Fehler reduzieren. Da ist für mich Zagadou so ein Kandidat, wo die Konstanz fehlt. Hast du jetzt gesehen, hast du, kommen wir nachher noch drauf, gegen Freiburg mal gesehen in der Rückrunde, als er zwei Elfmeter in einem Spiel verschuldet. Am ersten Spieltag gegen Bochum hätte es nach zwei Minuten durch Hofmann schnell 0-1 stehen können. Dann geht das Spiel auch wahrscheinlich ganz anders aus. Da war auch Zagadou ein Unsicherheitsfaktor. Von dem her, Stichwort auch Transfers, reden wir wahrscheinlich auch gleich noch drüber. Es würde dem VfB, glaube ich, gut tun, noch hinten einen zu haben, auf den du zurückgreifen kannst. Sollte mal einer neben sich stehen. Jetzt, wo mal Propanus weg ist. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was ich auch noch ansprechen will, und dann können wir diesen Leipzig-Block auch beenden. Ich will hier gar keine Torwart-Diskussion anfangen. Und du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, ich fand das auch wichtig. Ich finde, Nübel macht einen sicheren, einen souveränen Eindruck. Mir ist es einfach wichtig, das hier an der Stelle nochmal zu betonen. Jeder hat ein schlechtes Spiel, und ich glaube, jeder VfB-Profi sah in der zweiten Halbzeit schlecht aus. Nübel hatte ja trotzdem noch zwei, drei gute Aktionen, aber natürlich sah er nicht gut aus. Ich will das trotzdem nicht höher hängen, als es ist. Ich finde, Nübel strahlt eine ganz andere Souveränität aus, als es seine Vorgänger getan haben. Er gibt den Spielern eine ganz andere Ruhe, wenn er im Tor steht. Er strahlt eine Sicherheit aus. Und das Problem war, in der ganzen zweiten Halbzeit hat er kein einziger Profi Sicherheit ausgestrahlt. Und dass dann der Torwart sich da vielleicht auch anstecken lässt, oder da dann auch nicht so souverän agiert, finde ich überhaupt gar keine Überraschung. Deswegen bitte keine Torwart-Diskussion anfangen. Ich glaube, das ist das Allerletzte, was der VfB braucht. Man soll natürlich trotzdem kritisch hinschauen. Das tun wir. Er sah beim 1-1 blöd aus. Dieses vermeintliche 1-2, da sah er auch nicht gut aus. Also da muss er an sich arbeiten, aber ich glaube, das weiß er auch. Deswegen schaue ich hier auf meinen Zettel. Bolli, du schaust auch mal drauf. Leipzig haben wir eigentlich alles abgehakt, oder? Ja. Konstanz haben wir angekommen. Was ich noch ganz spannend fand, wie sehr hat Endo jetzt in dem Spiel gefehlt? Schwer zu sagen irgendwie. Klar sind Tore über die Mitte gefallen. Wird jetzt, glaube ich, am Samstag dann noch spannend zu sehen. Und auch diese Kommunikation, wie viel hat er da ausgemacht, war für mich immer schwer zu sagen, weil er Englisch gesprochen und war er wirklich der, der die Ansagen getätigt hat. Aber ansonsten ist das Thema, glaube ich, durch. Ja, absolut. Schleipzig haben wir abgehakt. Was noch nicht durch ist, Bolli, ist der Transfermarkt. Ihr da draußen, ihr seid sicherlich auch so langsam ein bisschen genervt von diesem ganzen Transfermarkt-Thema. Ich bin es zumindest. Ich bin froh, wenn dieses Theater vorbei ist, dieses Transfertheater. Here we go. Here we go. VfB-Wechsel confirmed. Nein, Spaß beiseite. Bis zum 1. September um 18 Uhr läuft das Transferfenster in Deutschland noch. Also am Freitag um 18 Uhr ist Cut, ist Ende. Da muss der VfB-Kader für die Saison, zumindest für die Hinrunde, jetzt stehen. Für euch die Info. In England und Spanien schließt das Transferfenster erst um 24 Uhr. Das bedeutet, nach England wäre ein Transfer oder nach Spanien wäre ein Transfer auch noch nach 18 Uhr möglich. In Italien schließt das Transferfenster um 20 Uhr und in Frankreich um 23 Uhr. Also nicht der VfB. Deutschland ist das erste Land, in dem das Transferfenster schließt. 18 Uhr ist Cut. Es kann kein Spieler mehr geholt werden, aber abgegeben werden können noch Spieler. Und deswegen sind wir gespannt, was jetzt diese zwei Tage passiert, Bolli. Wir haben jetzt Mittwoch, wir nehmen auf, es ist fast 10 Uhr. Viel zu früh für mich eigentlich. Ich sehe aus, als wäre ich gerade erst aufgestanden. Zum Glück hast du hier den Kaffee stehen in der niederländischen Gedächtnistasse. Das ist schön, neutral. Ich wollte dir keine, wir reden über den VfB-Tasse anbieten, weil du bist ja nicht Danny Gall. Nein, nein bist du nicht. Deswegen, wir schauen auf den Transfermarkt. Leute, es ist einiges schon passiert. Wir haben noch zwei Tage, das Fenster ist aber schon gefühlt, ich weiß nicht, seit zwölf Wochen offen. So kommt es mir zumindest vor. Wir schauen, was ist denn bislang überhaupt passiert. Also wenn wir uns das anschauen, ich habe es aufgeschrieben, der VfB hat acht Zugänge zu vermelden und 14 Abgänge. Also das Ziel Kaderverkleinerung ist auf jeden Fall gelungen. Auf den ersten Blick mal, wir haben Maximilian, oder wir, der VfB hat Maximilian Mittelstädt von der Hertha verpflichtet. Der VfB hat Jovan Milosevic aus Vojvonida geholt. Angelo Stiller von der TSG, Chong von Freiburg, Nübe von den Bayern, Dennis Undaff aus Brighton, Jamie Leveling von Union und Leonidas Stärcu von St. Gallen. Das sind acht Spieler, die dazugekommen sind und insgesamt sind 14 gegangen. Ich will die euch gar nicht alle aufzählen, aber die bekanntesten Namen sind natürlich Konstantinos Mafropanos zu West Ham, Endo zu Liverpool, Müller zu Freiburg und dann gibt es einige Spieler, Stichwort Mola vereinslos, Koulibaly vereinslos. Bejas verliehen, Perea verlieren, Pfeiffer verliehen. Da sind einige Spieler gegangen, die gar nicht so wichtig sind, in Anführungszeichen. Also wo es einfach, man kann es nicht Kaderleichen nennen, aber es sind Spieler, die keine Zukunft beim VfB in dieser Saison hatten, die abgegeben werden mussten. Deswegen Kaderverkleinerung. Fabian Wohlgemuth hat das als Ziel herausgegeben. Er will einen finanziellen und sportlich sinnvollen Kader beisammen haben. Da sind sie, glaube ich, auf einem guten Weg, Bolli. 8 zu 14, das macht unter dem Strich sechs Spieler weniger. Und dann hat der VfB ja immer noch Spieler im Kader, die eigentlich keine Zukunft haben. Also ich habe hier auch ausgedruckt, ihr seht es hier in der Kamera, wieder diesen Kader. Das sind insgesamt 30 Spieler momentan, vier Blätter fast das Ganze. Davon sind 26 Feldspieler und vier Torhüter. Aber da gehören zum Beispiel Florian Schock dazu, Torhüter Nummer vier. Der wird ab dem 1. September bei der zweiten Mannschaft spielen. Dann hast du Laurin Ulrich noch. Du hast Thomas Kastanaras, die noch nicht so weit sind für Bundesliga-Fußball, die du eigentlich aus dieser Rechnung rausnehmen kannst. Nikolas Nathai ist schwer verletzt am Knie. Der wird noch eine ganze Weile. Ende des Jahres, glaube ich. Wahrscheinlich sogar länger, weil der hat ja Totalschaden im Knie. Also der wird noch länger ausfallen. Diash zählt auch noch zu diesen 30 Mann. Das heißt, der VfB hat eigentlich jetzt... Saudi-Arabien vielleicht. Das wäre das goldene Geschäft für den VfB. Das wäre es, ja. Wir sprechen ja gleich noch, was noch passiert. Aber ich versuche euch nochmal zu zeigen, der VfB hat eigentlich nur 25 Spieler im Kader. Davon sind drei Torhüter. Das heißt, mit 22 Feldspielern scheint der VfB in die Saison zu gehen. Es gibt ja viele, die sagen, der VfB hat einen großen Kader. Guck mal auf dem Papier, 30 Spieler. Aber in Wahrheit hat der VfB gar nicht so viele Spieler, mit denen er arbeiten kann, oder? Also findest du, der VfB kann mit einem guten Gefühl aus dieser Transferphase rausgehen? Ich meine, wir haben ja noch zwei Tage, es kann auch was passieren. Oder wie ist so dein Gefühl? Ich glaube, dadurch, dass du jetzt stiller verpflichtet hast, du hast ja Haraguchi noch, der auf der Bank sitzt, den du da mal reinwerfen kannst. Du hast im Mittelfeld durch Jong hast du einen geholt, wo ich sage, okay, da hast du zumindest ein, zwei, die du reinwerfen kannst. Was ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist eben hinten. Wie weit ist Stergiu, ich habe ihn mal gehört in einem Podcast, er sagt wohl Stergiu selber. Also nur, dass wir das mal geklärt haben, Leonidas Stergiu, können wir ja nochmal checken dann, wenn er dann irgendwann mal redet. Wie weit ist der? Das ist für mich komplett offen. Also ist das wirklich einer, der dem VfB weiterhilft? Oder ist das so ein Entwicklungsspieler, den du mal fünf Minuten gibst? Ich habe mal geschaut, ich glaube, diese Saison, weiß ich nicht, ob er verletzt war oder sonst was, hat er nicht bei St. Gallen keine Rolle großartig gespielt in den ersten Spielen. Die Größe kommt noch dazu, ist ja kein klassischer Innenverteidiger, kommt noch einer, das fände ich wichtig. Ich weiß nicht, ob Chris Richards, ob da irgendwas dran ist, ist ja auch einer, den Hoeneß Kent aus der Premier League, den man vielleicht eher als Laie holen kann. Ich fände es gut aus VfB-Sicht, wenn da noch einer kommt. Vorne bist du, finde ich, wenn Undaf wieder fit wird und wenn der in Form kommt, glaube ich, hast du da einen vielversprechenden Neuzugang mit Gerasi, ist die Lebensversicherung. Silas, finde ich, gute Entwicklung jetzt, dass er mal wieder trifft, auch mehrere Spiele in Folge getroffen und führe ich. Glaube ich, kann schon auch diesen Schritt nochmal nach vorne gehen, dass er jetzt vielleicht in Sachen letzte Entscheidungsfindung da ein bisschen mal Gas gibt. Und manche reden ja davon, er könnte zweistellig treffen diese Saison, will ich noch sehen. Auf jeden Fall ist bei ihm ja auch ein Step nach vorne schon erkennbar. Sehr vielversprechende Anlagen, immer ein bisschen unglückliche Entscheidungen am Ende. Aber ich finde, hinten könnte der Schuh so ein bisschen drücken beim VfB. Und wie sehr wird Endo fehlen, das kannst du in den zwei Spielen bisher auch noch nicht ausmachen. Ich weiß nicht, wie es du siehst, Simi, aber... Ich sehe es ähnlich, weil ich habe ein bisschen, was heißt Bauchschmerzen, viele sagen immer, der Simi ist zu negativ. Ich meine, ich hatte letzte Woche den Daniel Haug ja im Podcast, Daniel grüße dich, der ist eher so positiv gestimmt. Ich bin eher negativ gestimmt, das gebe ich auch zu, aber ich glaube, der VfB hat ein ganz großes Problem aktuell. Und das ist nämlich Thema Cash, Thema Geld. Ich glaube, dass sowohl Fabian Wohlgemuth als auch Sebastian Hoeneß, beziehungsweise ich glaube es nicht nur, ich weiß es, die würden gerne noch aktiver werden auf dem Transfermarkt. Das Problem ist, es ist kein Geld da. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer Faktor. Wir sprechen darüber, dass der VfB mit Vataro Endo seinen absoluten Führungsspieler verloren hat, seine absolute Nummer 1 Kapitän. Und dafür wurde eben Angelo Stiller geholt. Aber Hoeneß hat ja schon auf der PK gesagt, als es quasi konkret wurde, dass Endo geht, dass er eigentlich das vielleicht sogar mit zwei Spielern auffangen will. Geht nicht, weil kein Geld da ist. Das wird nicht passieren. Also das wird nicht passieren. Sechster Position ist dicht. Also du hast quasi, du gehst mit Atakan Karasor auf der Sechs in die Saison, du gehst mit Angelo Stiller in die Saison. Du weißt nicht, wie der funktioniert auf Anhieb beim VfB. Du hast keine Ahnung. Das ist nämlich auch eine Wundertüte ein bisschen, ja. Und dann hast du Haraguchi als Ersatz, Ekloff als Ersatz. Boah, schon eine enge Kiste. Also, und es geht ja, du musst ja weiterdenken. Du hast die IV-Position, du hast drei Innenverteidiger aktuell. Hiroki Ito, nicht Mafopanus, wollte ich sagen, Zagadu und Anton. Ja. Drei Stück. Dann hast du den Stergio, wie auch immer man ihn ausspricht. Wo auch immer er spielt dann. Wo auch immer er spielt. Eigentlich ein Versprechen für die Zukunft. Keiner, der jetzt sofort hilft. Also du hast im Zentrum, Abwehrzentrum und Sechser. Bist du ultradünn besetzt. Und das sorgt für ganz, ganz große Bauchschmerzen. Und das bringt mich eigentlich zu der großen Frage, warum hat der VfB eigentlich so Geldprobleme? Also, wir wissen, warum. Es wird immer kommuniziert. Bolli, komm, sag du, ich habe gar keinen Bock. Also, ich habe Alex Welle, wann war das? Beim Bochum-Spiel gesprochen. Und gesagt, hier, seit Jahren am Löcherstopfen. Es waren, ich glaube, letztes Jahr im Sommer waren es 50 Millionen. Die Saison davor 40, die man eingenommen hat oder umgekehrt. Nagelt mich nicht fest. Dieses Jahr sind es jetzt ja wieder. Ich meine, durch Endo, großer sportlicher Verlust, was du dafür gekriegt hast an Kohle, ist gut. An Mavropanos, bei Mavropanos hast du auch ungefähr das bekommen, was du dir ausgerechnet hast. Das sind jetzt eben diese 40 Millionen. Aber der VfB ist nur am Löcherstopfen. 90 Millionen Verlust durch Corona, hat Werle mir gesagt. 90 Millionen Verlust oder ausgegeben durch Stadionumbau. Klar, das sind große Löcher. Aber es ist seit Jahren dieses Problem beim VfB, dass du das Gefühl hast, du kannst keine großen Sprünge machen. Von dem her finde ich, bei Gerasi hast du echt das rausgeholt, oder muss man ja letztlich dann an Sven Mislintat festmachen, mit dieser 9 Millionen Roundabout-Kaufoption, die es dann war. Das ist ja schon viel Geld für den VfB, aber da hast du das Maximale rausgeholt. Dieser Typ hat jetzt schon wieder drei Tore in zwei Spielen, hat letzte Saison, war der die Lebensversicherung beim VfB. Natürlich wäre es schön, glaube ich, auch aus Sicht von Sebastian Hoeneß, wenn du ein, zwei Transfers noch mehr machen könntest in der Kategorie Stiller, wo du dann sagen kannst, auch hinten hast du einen gestandenen Bundesligaspieler oder einen gestandenen internationalen Spieler, den du einfach mal da reinschmeißen kannst und weißt, der macht schon seinen Job gut. So ist es jetzt wieder. Der VfB muss auf die Kohle schauen und ist, was das anbelangt, dann vielleicht wieder irgendwann im Hintertreffen. Dann sollte sich mal ein Karasor oder hinten einer verletzen. Und das ist natürlich schon, wo du dich irgendwie fragst, hey, wie kann es denn sein, dass, also andere Vereine haben auch Corona-Verlust, klar, bauen jetzt vielleicht nicht unbedingt ihr Stadion um, aber wie lange soll es so weitergehen? Es hieß, wir sind auf einem guten Weg, was das anbelangt. Ich bin mal gespannt auf die nächste Transferperiode, ob dann immer noch heißt, wir brauchen zweistellige Millionen Einnahmen mit 40. Also dieses Jahr haben sie ja das eingenommen. Ich glaube, Sosa muss nicht mehr mehr unbedingt weg. Dass man die Kohle hat, die man unbedingt will. Weiß ich nicht, wird sicher helfen. Aber wenn es dann halt an einem 5-Millionen-Transfer schon scheitert, da fragt man sich dann schon irgendwie, also wie kann das sein? Ich kann ja, oder ich darf und kann ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen hier plaudern. Dafür ist der Podcast ja auch da. Mir kam zu Ohren, oder ich habe gehört, dass selbst beim Transfer von Stiller, dass es selbst da Probleme gab. Also ich meine, da wurde ja mal gesprochen über eine Kategorie von Hoffenheim will zweistellig. Ich meine, der war immerhin Stammspieler unter Matarazzo. Ist ein junger Spieler, hat noch Entwicklungspotenzial. Und der wurde ja dann für einen, ich nenne es jetzt einfach mal Freundschaftspreis, wurde er abgegeben für so roundabout 5 Millionen Euro. Mit Boni kann es auf bis zu 7 ansteigen. Das ist ja eigentlich nicht viel für einen Stamm-Sechser in der Bundesliga. Also ich glaube, er hatte vergangenene Saison, war es dann so teilweise, nicht immer von Anfang an gespielt. Jetzt, was mich gewundert hat, dass der VfB ihn überhaupt, also dass Hoffenheim ihn abgegeben hat. Er hat ja im ersten Spiel da bei der 1-2-Niederlage gegen Freiburg hat er gespielt. Das hat mich gewundert, dass sie den abgeben, dann auch noch für diesen Preis. Hängt bestimmt damit zusammen, vielleicht will er auch einen neuen Schritt gehen, will nicht mehr bei Hoffenheim spielen, wie auch immer. Hoeneß natürlich vielleicht ein Trainer, den er eh kennt. Sein Mentor. Vertraut, genau, bei Bayern früher schon gespielt, etc., pp. Aber ja, das hat mich gewundert, dass der dann, dass der VfB ihn überhaupt bekommt. Und dann für den Preis. Und worauf ich ja hinaus will, ist, dass selbst dieser Transfer zu inneren Kämpfen beim VfB gesorgt hat. Also da ging es ja um nicht viel Geld für so einen Spieler. Du hast Endo verloren, deine Führungsposition. Also Sebastian Hoeneß, der muss ja Alarm geschlagen haben. Also der muss ja da den Aufsichtsrat eingerannt haben in der Zeit. Leute, wir haben unseren Kapitän, wir haben unsere Führungsfigur verloren. Wir brauchen unbedingt Ersatz, weil daran scheitern unsere sportlichen Ziele, wenn da keiner kommt. Und dann hast du einen Stiller, den du gefühlt relativ günstig bekommst, Wunschspieler von Hoeneß. Und selbst da musst du gekämpft werden, wegen der finanziellen Situation. Also wo geht das Geld hin? Also das ist wirklich eine Frage, die wir langsam, was heißt langsam, wir werfen das schon immer wieder auf. Und natürlich geht es um das Thema Stadionumbau. Natürlich geht es um das Thema Corona-Lückenstopfen. Natürlich geht es darum, dass du dich jetzt langsam auch Thema Eigenkapital auf solide Beine stellen musst. Und natürlich ist es auch ein Faktor, dass die Porsche-Millionen noch nicht da sind, weil der Deal noch nicht steht. Und nur tröpfchenweise kommt, glaube ich. Also es kommt ja nicht 90 Millionen, es wird hier die Luke aufgemacht und der VfB versinkt im Geldspeicher wie bei Dagobert Duck, sondern es kommt halt nur dann in Tröpfchen. Aber kann man ja auch mal die Frage stellen, wie viel, das ist natürlich auch, weiß man nicht, aber wie viel muss der VfB intern an Geld aufwenden für Gehälter etc. pp. Also wie ist da das Ganze aufgestellt und strukturiert? Ob da viel Geld reinfließt, vermag ich nicht zu sagen, aber irgendwo muss ja irgendwie auch das Geld hingehen, was dann vielleicht keine, wo es keine so schlanken Strukturen gibt. Das kann ja nur ein Strukturproblem sein. Also da wird jetzt ja keiner 20 Millionen Euro in die eigene Tasche stecken. Das geht ja nicht. Das muss ein strukturelles Problem sein, das der VfB da aktuell hat. Und das gilt jetzt dringend zu lösen. Und es muss auch der Appell sein an die Verantwortlichen beim VfB, löst dieses Strukturproblem. Weil das kann ja, so kann es ja nicht weitergehen. Du kannst ja nicht ständig sportliches Kapital für viel Geld verkaufen und gleichzeitig dir sportliches Kapital dazuholen, das weniger kostet und auch sportlich weniger drauf hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass Angelo Stiller wenig drauf hat, aber ein Endo zu verlieren für 20 Mio plus und dann den Stiller zu holen, das ist ein Downgrade. Für mich ist halt die Frage, ich meine, wenn wir nochmal zu Stiller kommen und zu seiner Position, die er spielt, ich habe mal geschaut, ich glaube meistens hat er eher auf der Acht gespielt, ist jetzt vielleicht nicht der klassische Sechser wie Karasor. Und bei Endo war er bewundernswert, er war ja sowohl Lückenstopfer als auch vorne torgefährlich. Stiller hat dann schon, ich habe nochmal ein bisschen was durchgelesen, irgendwann in der U14 schon gelernt, auch mal auf der Sechs zu spielen. Ist nicht der klassische Zehner, hat er dann irgendwie gemerkt. Aber ist er wirklich der Spieler, der dann auch Lückenstopfen kann und mal dreckig dazwischen? Oder ist er eher einer, der das Spiel so ein bisschen initiieren kann, was halt auch Mio gut kann? Ja, da und Eglow ist ja eigentlich auch eher der spielerische Typ. Ist es wirklich einer, der da auch mal dazwischenhauen kann und dem VfB so weiterhilft oder nicht? Das weiß ich nicht, da muss ich mehr sehen von ihm. Bin gespannt, ob er jetzt dann am Samstag gegen Freiburg, gehe ich mal davon aus, dass er da vielleicht sein Startelfdebüt feiert. Da bin ich halt sehr gespannt. Und klar, einen 30-jährigen Endo kannst du jetzt nicht einfach mal mit einem 22-Jährigen dann 1 zu 1 ersetzen. Das ist schon klar. Da muss man dem Jungen wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit geben, um da reinzukommen in die Rolle. Hoeneß ist sicherlich ein Hoffnungsfaktor, wo man sagen kann, okay, er weiß, er kennt den Trainer immerhin, hat das Vertrauen, kann da, was das anbelangt, direkt loslegen. Aber ja, Endo hat so viele Spiele für den VfB entschieden auf Messers Schneide. Bochum war das Spiel eben nicht auf Messers Schneide, Leipzig auch nicht. Freiburg könnte eins sein. Also, Bolli, ich bin auch wirklich gespannt, wie dieser Transfermarkt noch zu Ende geht. Und dieses ganz große Thema ist einfach die finanzielle Situation. Das strahlt über allem. Ich meine, der VfB musste jetzt 40 plus einnehmen. Es geht nicht um Transfergewinn, sondern es geht um einen Erlös, also dass Geld reinkommt. Und das haben sie ja eigentlich gemacht. Deswegen, Geld spielt eine Riesenrolle. Das wissen wir alle im Fußball. Der erzählt euch nichts Neues. Fünf Euro ins Phrasenschwein. Beim VfB ist es ganz extrem. Und das ist eigentlich auch der Grund dafür, warum auf dem Transfermarkt jetzt gar nichts mehr groß passiert. Also, es sind noch knapp zwei Tage. Wir haben es ja schon angesprochen. Was passiert überhaupt noch? Also, wir haben gerade gesagt, es braucht noch einen Innenverteidiger. Der wird auch noch kommen. Der VfB ist dran. Ich habe mit Fabian Wulgemuth gestern gesprochen. Das ist das Ziel, dass da noch jemand kommt zum VfB. Wer kommt, ist noch offen. Also klar, Chris Richards ist ein ganz großes Thema. Dann hat der George vom Kicker gestern den Namen aus Benfica angebracht. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Weißt du es? Nee, oder? Nee, habe ich auch. Spanischer Name. Ich bin nicht gut. Tut mir leid. Ist mir entfallen. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Sorry an euch da draußen. Ihr seht, auch wir machen Fehler. Oder ich mache Fehler. Der ist wohl auch im Gespräch. Aber wird schwierig, weil da wohl Nottingham auch dran ist. Also alle Wege führen irgendwie zu Chris Richards. Aber da ist das Problem, der kommt aus der Premier League. Der verdient viel Geld. Großes Gehalt. Kannst du dir den leisten. Faktor Geld wieder. Wäre nur eine Laie mit Kaufoptionen wahrscheinlich. Genau, deswegen auch eine hohe Kaufoption für einen Premier League Spieler, der ja noch Vertrag hat, glaube ich. Der hat noch drei, vier Jahre Vertrag in der Premier League. Und dann, also IV, muss was passieren. Nummer eins. Nummer zwei. Sosa. Könnte gehen. Kommt da noch ein Ersatz? Eher nein. Warum? Kein Geld. Stiller kam. Als Endo-Ersatz. Passiert noch was auf der Sechs? Nein. Weil kein Geld. Planungen abgeschlossen. Nummer vier. Laie. Da könnte noch was passieren. Wir haben ja gerade gesprochen. Es sind so 25, 26 Spieler im Kader. Sanko könnte noch verliehen werden. Genauso wie Milosevic. Weil Milosevic kann ja nicht U23 spielen. Das geht ja hier mit EU-Bürgerschaft. Das ist ein rechtliches Problem. Der kann nur bei den Profis spielen. Massimo scheint über den Berg. Der ist ja auch eingewechselt worden. gegen Leipzig. Ist ja auch eingewechselt worden gegen Bochum. Der hat mich gewundert, ja. Der hat ein gutes Standing aktuell bei Sebastian Hoeneß. Der scheint trüber zu sein. Also der scheint zu bleiben. Und dann hast du Dias noch. Also Dias, der abgegeben werden soll. Wo es aber gerade hakt. Also es gibt Probleme wohl mit dem Transfer zu Saudi-Arabien. Was ich gehört habe, ist, dass der VfB sich auch überlegen könnte, wie bei Clinton Mola eine Vertragsauflösung zu machen. Dass du ihn loswirst. Also du kriegst kein Geld für ihn. Aber du hast ihn von der Gehaltsliste runter. Du musst eine kleine Abfindung zahlen. Und wirst ihn quasi los. Und da passiert nicht mehr viel. Also es muss ein IV kommen. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Weil ansonsten hat der VfB ein Riesenproblem. Und da geht es halt schon los. Du hast kein Geld. Dann kommt kein Sechser. Es kommt kein Sosa-Ersatz. Also das ist wild. Und es muss, glaube ich, extrem frustrierend sein für Fabian Wohlgemuth. Und der ja seine erste richtig große Transferperiode jetzt beim VfB hat. Den ersten Sommer. Und es gibt viele da draußen, die behaupten, der macht keinen guten Job. Und was macht er denn? Und der holt ja nur Spieler, die Hoeneß will. Und hat er überhaupt gar keine eigenen Ideen. Ja, Leute, aber wie sollst du in einem Umfeld arbeiten? Nur deutschsprachiger Markt ist auch immer noch. Nur deutschsprachig, weil er wohl kein Englisch kann. Also ja, er kann nicht so gut Englisch. Aber er lernt es. Und er kann es eigentlich auch. Aber jetzt eben nicht fließend und top. Aber wie willst du als Sportdirektor in einem Umfeld, wo du 40 Millionen plus generieren musst? Das bedeutet, du musst sportliches Kapital verkaufen. Hast gleichzeitig aber so gut wie gar kein Geld, um dir wieder sportliches Kapital reinzuholen. Also das muss, glaube ich, eine extrem frustrierende Ausgangslage sein für einen Sportdirektor. Und ich glaube, das ist es auch aktuell für Fabian Wohlgemuth. Frustrierend. Weil du gibst zwei, drei richtig gute Spieler ab. Und musst dann noch kämpfen um Nachfolger, weil kein Geld da ist. Also das ist super, super frustrierend, Bolli. Und ich glaube, also so macht es keinen Spaß. Ja, und du hast ja, ich sage jetzt mal mit Jong, mit Stiller, mit Undaf hast du ja zumindest Spieler, die ein Fußballfan schon mal gehört hat, die gestandenen Bundesligaspieler sind, wenn Jong vielleicht auch nicht mehr Stammspieler war bei Freiburg etc. Mit Undaf finde ich einen spannenden Transfer. Vielleicht ist es quasi das Maximum. Du weißt es nicht, kannst jetzt lang sagen, Mislint hatte bessere Connection, der kommt da besser hin, der hatte ein besseres Auge oder wie auch immer. Ist für uns natürlich auch schwer zu sagen, glaube ich. Aber bestimmt kein einfacher Job für Fabian Wohlgemuth. Was ich noch spannend finde, den Aspekt oder finde, habe beim Rund ums Bochum Spiel viele Fans gefragt. Die meinten, Sosa würde mir nicht wehtun, wenn der geht. Mavropanos eher, ja, ist ja dann auch so gekommen. Die Rolle von Sosa, ja, dieses Ball raus, Flanke, Kopfball, Tor. Ich finde, der Spielstil unter Hoeneß ist im Vergleich zu Labbadia und auch davor hat sich verändert, ist attraktiver geworden. Brauchst du gar nicht mehr unbedingt, dass Sosa alles initiiert. Da ist Führig aktiver, da ist auch vielleicht wieder Silas ein Faktor. Welche Rolle wird er überhaupt noch spielen? Sollte er jetzt bleiben? Also bleibt es erstmal dabei, dass Ito auf links spielt, den ich sowieso torgefährlicher finde, den ich stärker finde. Beispiel das 1-0 eingeleitet gegen Bochum, richtig starker Schnittstellenpass. Auch gegen den Ball stärker. Gegen den Ball stärker, ist natürlich ein besserer Verteidiger. Das ist ja auch immer bei Sosa so die Frage. Ich erinnere mich an das Schalke-Spiel letzte Saison, wo er sich hat Hops nehmen lassen und so weiter. Gab es mehrere Beispiele. Das wird sicher auch noch zu moderieren sein für Sebastian Hoeneß. Sollte der bleiben, dass er sich vielleicht mit einer Bankrolle anfreunden muss, weiß ich nicht. Oder ob er unumstrittener Stammspieler wird er nicht sein. Vor allem jetzt in dieser Konstellation, wenn du mit Viererkette spielst. Stenzel erstmal weiterhin rechts. Ito kannst du eigentlich fast nicht rauslassen. Vielleicht dann irgendwann mal Zagadou, weiß ich nicht, eine Pause gönnen und Ito dann innen rein. Also spannende Konstellation. Mittelstädt wird irgendwann fit. Ja, also das ist auch noch so eine, für mich eine spannende Entwicklung, die es dann zu beobachten gilt. Aber Stichwort Transfermarkt, eben sollte Sosa bleiben. Hast du ihn weiter da? Ich habe eher so das Gefühl, viele wären auch, also Fans wären auch froh, wenn das Ding einfach mal durch gewesen wäre. Der hat jetzt vier, fünf Jahre gefühlt, drum gebettelt, endlich mal in Spanien, England oder sonst wo spielen zu können. Jetzt scheitert es vielleicht wieder. Bringt das dem VfB was oder ist das eher so ein bisschen Ballast, den du mit dir rumschleppst? Das ist eine spannende Frage. Wie seht ihr das da draußen? Vielleicht mal die Zeit, euch einzubinden. Schreibt es doch rein in die Kommentare. Was haltet ihr von der Personalie, Bonasosa? Wärt ihr froh, er wäre endlich weg? Das klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich meine, das ist jetzt die dritte, vierte Transferperiode, wo es heißt, Sosa will weg, ich will weg, ich will nach England. Und es klappt halt nie, weil ihn keiner will, weil er halt doch nicht so gut ist und für das Geld es dann auch nicht wert ist. Also wie seht ihr das? Sollte er weg, muss er vielleicht sogar weg. Wärt ihr froh, wenn er weg wäre oder wärt ihr eher froh, wenn er da bleiben würde? Schreibt es uns in die Kommentare, weil es sieht aktuell so aus, als würde er weiter in Stuttgart bleiben. Der FC Sevilla ist ja dran an Bonasosa und das Problem ist aber Marcos Acuña, das ist ja der aktuelle Linksverteidiger vom FC Sevilla, der sollte ja eigentlich nach England wechseln. Nottingham waren interessiert, Aston Villa auch. Und jetzt hat er sich aber verletzt. Also der hat eine Oberschenkelverletzung, Hamstring, also hinterer Oberschenkel, Muskelfaserriss, fällt jetzt erstmal ein paar Wochen aus, verpasst auch die Länderspiele mit Argentinien, also die WM-Quali-Spiele jetzt Mitte September. Und das heißt, da droht der Transfer zu scheitern. Und wenn Acuña bei Sevilla bleibt, hat Sevilla keinen Bedarf. Und das Problem ist, dass zum Beispiel Aston Villa sich vorstellen könnte, Nottingham ist wohl raus, dass sie Acuña wenigstens leihen, weil er ja verletzt ist. Also du kaufst ja keinen verletzten Spieler, das macht ja kein Mensch. Aber du leihst ihn aus und dann hat Sevilla wohl auch schon angefragt beim VfB, ob sie denn nicht quasi die Leihgebühr für Acuña 1 zu 1 weitergeben könnten an den VfB für Sosa. Und da sind meine Infos, dass der VfB gesagt hat, nee, machen wir nicht. Also eine Sosa-Leihe bringt ja niemandem was. Du hast ihn dann quasi vielleicht von der Payroll, je nachdem, wie man sich das mit dem Gehalt teilt. Du hast ihn nicht mehr im Kader, aber eine Leihe bringt dir ja 0,0. Also ich bin auf dem Standpunkt, Sosa, Kollege, wird langsam Zeit, der vierte Transfersommer, dann geh halt, geh zu Sevilla. Aber ich glaube, es liegt nicht daran, dass er nicht gehen will, sondern dass ihn keiner will. Und vielleicht auch keiner die zweistellige Millionensumme an Ablöse. Also für fünf, sagt der VfB wahrscheinlich auch, für fünf Sosa verscherbeln machen wir nicht. Oder für sieben, da müssen schon, zehn wären schon gut. Hat immerhin eine WM mit Kroatien hier gespielt und so weiter. Aber ja, schwierige Personalie, finde ich auch. Also ich lehne mich gerne aus dem Fenster, das wisst ihr. Ich lege mich gerne fest. Ich kriege da auch oft dann zu Recht einen in die Fresse, sage ich es mal so. Aber ich denke, dass er bleiben wird. Ich glaube nicht, dass Sevilla da ernst macht. Das Geld ist nicht da für die Spanier. Acuna wird nicht gehen. Der ist aktuell verletzt. Und dann bleibt Sosa nochmal beim VfB. Und dann haben wir im Winter dasselbe Theater. Geht er, bleibt er, lässt sich einen Verein finden, der zehn Millionen hinlegt. Also ich glaube, mit Sosa werden wir noch eine ganze Weile zu tun haben. Aber ich sage es hier immer wieder, es sind noch zwei Tage. Es ist alles möglich, es kann sein, wir nehmen hier den Podcast auf. Und fünf Stunden später geht Sosa nach Sevilla. Also es ist alles drin. Ich will mich nicht endgültig festlegen, aber ich glaube, die Tendenz ist ganz klar, Sosa bleibt. Sevilla übrigens auch Tabellenletzter in Spanien. Vielleicht ist das noch ein Faktor, dass sie, weiß ich nicht, dann doch sagen, bleib mal lieber hier bei uns, Acuna. Wir wollen hier weiter angreifen. Ich meine, er würde zu einem Verein gehen, natürlich, der international spielt, der irgendwie jedes Jahr gefühlt die Europa League gewinnt. Aber ja, gerade läuft es auch nicht so rosig bei denen. Und ich, mein Gefühl ist wahrscheinlich, wird Bonas Sosa wieder in Stuttgart bleiben. Und dann mal schauen, wie es für ihn weitergeht. Und wer vermutlich auch noch in Stuttgart bleiben wird, ist Seru Girasi. Das wäre ja absolut überlebenswichtig. Da will ich auch gar nicht lange drüber sprechen, weil wir haben schon ausführlich über den Stürmer gesprochen. Ich glaube auch, dass der Wechsel von Colomuani, der ja ansteht, zu PSG, der wird da keinen Stein auf dem Stürmermarkt ins Rollen bringen. Es ist ja wohl so, dass PSG quasi als Ausgleich an Frankfurt den Ekitike abgeben will. Ich habe den Namen hundertmal geübt. Sehr schön, ich heute Morgen auch. Und habe ihn, sag du nochmal. Hugo, Ekit, nee, ich muss es auch nochmal nachschauen. Ich verwechsel immer das T und das K. Ich auch. Ekitike. Ja, absolut, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich sehe den Namen nicht. Ich muss ihn lesen. Jetzt haben wir es. Ekitike. Genau, Ekitike. Genau. Und der soll quasi als Gegenzug für Colomuani plus eine Ablösesumme kommen. Haben wir kurz französisch Unterricht hier noch gemacht. Sensationell, ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass ein Colomuani-Wechsel dafür sorgen würde, dass Girasi auf einmal wieder auf den Markt kommt. Also ich glaube, da kann man ein bisschen entspannen. Und der VfB, vor allem Sebastian Hoeneß, würde den Stürmer nie im Leben einen Tag vor Transferende, zum Beispiel jetzt am Donnerstagabend, abgehen. Never ever. Das wäre ein sportlicher Totalverlust, den du nicht auffangen könntest. Das wäre das, Todes-Total klingt hart, aber es wäre nicht kompensierbar. Wen hast du dann vorne noch? Also das ist dann, er ist überlebenswichtig, auch dass er fit bleibt. Klar ist auch hier im Labbadia-Zeitraum war der ja mal nicht da. Daran lag es nicht, dass die Bilanz so war, wie sie war. Aber wenn der fehlt, merkst du es halt ganz eindeutig. Und ich glaube auch, dass wenn dann Füllkrug vielleicht, ja, dass der vielleicht irgendwie noch zu Frankfurt gehen würde, sollte hier der Kollege zu PSG wechseln, Colomuani oder eben dann der PSG-Wechsel stattfinden. Aber ich könnte mir eher vorstellen, dass dann, wenn dann überhaupt, falls jetzt unser Freund aus Frankreich, Ekitique, nicht kommen sollte, dass dann vielleicht Füllkrug zu Eintracht geht, aber das keine Auswirkung auf den VfB hätte. Weil, also ich glaube jetzt nicht, dass Bremen dann Gerasi holt. Das wäre jetzt auch kein sportliches Upgrade für ihn. Also von dem her gehe ich auch mal schwer davon aus. Sebastian Hoeneß hat ja auch öfter mal gesagt, er hat positive Signale empfangen. Gerasi kann sich das vorstellen. Es gab ja auch irgendwelche Kommentare auf Twitter, wo sich, glaube ich, sogar Gerasi selber geäußert hat. Wo sich irgendwelche englischen Fans ein bisschen abfällig geäußert haben. Was ist denn Gerasi für einer? Das ist kein Top-Class-Player und so. Wo er sich selbst eingeschaltet hat, geschrieben hat, hey, ich bin Gerasi und ich kann selber entscheiden, was ich möchte und so. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er jetzt sieht, dass er diesen Schritt beim VfB gehen kann. Es läuft gut für ihn. Er kann sich jetzt ins Schaufenster stellen. Wenn er verletzungsfrei bleibt, macht er 15 bis 20 Buden, sage ich mal. Und dann kann er immer noch, nächstes Transferfenster im Sommer, dann irgendwie den Schritt für ihn weitergehen und sagen, jetzt will ich mal international spielen. Aber ich glaube, er bleibt. Und es wäre, es ist die Lebensversicherung, die offensive Lebensversicherung. Der Typ ist ein Killer. Das hat man jetzt öfter gesehen. Der braucht nicht viel Chancen. Und genau das ist das, was der VfB eben diese Saison konstant braucht auch. Ja, dann machen wir doch einen Strich drunter. Und zwar unter diesen Transfermarkt. 1. September, 18 Uhr, Ende des Transferfensters. Nach England geht es auch noch bis 24 Uhr, dass ein Spieler wechseln könnte. Es passiert nicht mehr viel beim VfB. Grund ist, es ist kein Geld mehr da. Ein IV muss noch kommen. Es wird keinen Sosa-Ersatz geben, wenn Sosa gehen sollte. Es wird kein Sechser kommen. Es steht noch eine Laie im Raum. Und Diaz soll auf jeden Fall entweder verkauft werden oder es gibt eine Vertragsauflösung. Also es passiert nicht mehr viel. Und ich glaube, dann bin ich froh, wenn 1. September, 18 Uhr ist. Weil dann habe ich endlich Ruhe. Und was auch spannend wird, Bolli, und dann blicken wir doch jetzt voraus auf das Freiburg-Spiel am kommenden Samstag. Heimspiel. Wir haben 5-0 gesehen gegen Bochum. Das war ein Ausreißer nach oben. Wir haben 1-5 gesehen gegen Leipzig. Das war ein Ausreißer nach unten. Kommt jetzt der erste richtige Kratmesser mit dem SCF? Ja, also ich war letzten Samstag, war ich dort. Ich war in Freiburg, habe da für Radio reportiert, 90 Minuten gegen Bremen. Habe nochmal geschaut. Sechs Mal in Folge hat Freiburg gegen den VfB in der Bundesliga gewonnen. Das heißt, sechs Spiele, sechs Mal 90 Minuten wartet der VfB auf einen Punktgewinn gegen Freiburg. Wir haben es ja schon mehrfach mal besprochen. Freiburg hat den VfB überholt. Mislintat hat sogar mal gesagt, das ist ein Verein, zu dem wir aufblicken können, was die Konstanz anbelangt etc. Aber ich glaube schon, dass der VfB in der Lage sein müsste, vor allem daheim, was das große Faustpfand ist, glaube ich, zu sagen, hey, jetzt zumindest ein Punkt. Ich glaube, wenn es eine Niederlage gibt gegen Freiburg, nächstes Spiel ist dann, meine ich, Mainz, dann ist dieser gute Saisonstart mit Pokal easy weiter und 5-0 gegen Bochum, ist dann ganz schnell wieder vergessen, weil du gegen die Breisgauer wieder irgendwie dann ein 0 zu 1 oder ein 1 zu 2 kriegst. Also ich finde, das ist, es muss eigentlich ein Punkt, ist eigentlich Pflicht, also hört sich immer so von außen so leicht gesagt an, das ist eine internationale Mannschaft etc. Aber ich glaube, ich habe nochmal überlegt, was ist der Faktor gegen Freiburg und ich glaube, du musst, und die hast du hinter dir, die Fans, mit dieser Atmosphäre musst du die irgendwie auch erdrücken. Ja, die Fans sind da, es ist brutal, die Lautstärke, ich glaube, Stille hat ja auch nochmal gesagt, sowas hat er noch nie erlebt, am letzten Spieltag mit Hoffenheim wie in Stuttgart, kann er sich jetzt drauf freuen. Aber du musst Freiburg auch mit der Atmosphäre aus dem Spiel nehmen, so ein bisschen beeindrucken, dass die Fans von Anfang an dabei sind und sie spielen kein Hurra-Fußball. Sie sind für mich Union Berlin 2.0 manchmal, ja, sie, sie, und Berlin hat jetzt super eingekauft, ja, Union spielt Champions League, aber Freiburg, sie machen es halt cool, sie machen es ab, die sind abgezockt, die sind abgewichst, auf Deutsch gesagt, die, ich habe es mir nochmal auch notiert, haben letzte Saison 8 von 17 Saisonspielen mit einem Torunterschied gewonnen. Der VfB insgesamt nur sieben Siege, also, und ich habe es auch gesehen, also mich hat das jetzt nicht überzeugt, Bremen war für mich die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, es ging sehr viel über die rechte Seite, über Mitchell Weiser, bester Mann in der ersten Hälfte. Das Problem von Bremen war ähnlich wie beim VfB vergangene Saison, sie kriegen halt die Kugel nicht rein und am Ende gewinnt Freiburg, dann durch Maximilian Philipp ausgerechnet dann noch der Ex-Bremer, der da hingewechselt ist, mit 1 zu 0. Das, ja, gilt es zu vermeiden. Ich glaube, und wir haben auch schon oft über Freiburg gesprochen, was sie stark macht, was sie ausmacht, die haben genau das, was der VfB nicht hat, nämlich Konstanz. Den gleichen Trainer seit gefühlt 800 Jahren im Amt, eine Mannschaft, die ist eingespielt, die ist gut geordnet, die macht kaum Fehler, und das ist der große Unterschied zum VfB, die machen noch zu viele Fehler, und vor allem Freiburg ist eiskalt. Die schlagen dann eiskalt zu, wenn es sein muss, dass Freiburg in der 90. plus X, also in der Nachspielzeit, dieses 1 zu 0 gegen Bremen macht, wen hat es verwundert? Also die sind eine unfassbar abgezockte, eingespielte, eklige Truppe, und für mich wird es der erste große Gradmesser. Also der VfB kann gegen Freiburg zeigen, wo sie in der Entwicklung wirklich stehen. Und wir sprechen hier von einer Entwicklung, und eine Entwicklung ist wellenförmig, es gibt Ausreißer nach oben und nach unten, und jetzt ist aber Zeit, dass der VfB nach dem Hoch gegen Bochum und dem Tief gegen Leipzig in der Mitte ankommt. Und dafür ist Freiburg genau der richtige Gegner. Der VfB kann zeigen, wie matur, also wie erwachsen, wie reif sie sind gegen den SC Freiburg. Sebastian Hoeneß kann zeigen, wie er die Mannschaft einstellt. Angelo Stiller wird, denke ich, starten gegen Freiburg. Und dann ist wieder das große Thema Fehlerminimierung. Wir haben vorher in der Vorbesprechung auf die Folge auch nochmal zurückgeschaut auf das letzte Spiel in Freiburg unter Bruno Labbadia im Februar 2023. Da war ich im Stadion in Freiburg vor Ort. 2 zu 1, glaube ich, verloren. 2 Elfmeter. 2 Elfmeter verschuldet durch Zagadou. 2 Mal Grifo getroffen. Also du verlierst 2-1 in Freiburg durch zwei selbstverschuldene Elfmeter. Und zweimal Grifo trifft. Und ich kann mich ans Hinspiel erinnern. Dritter Spieltag oder vierter auch. Das ist ja eh eine komische Konstellation. Kurios. Ich erinnere nochmal dran. 5-1 gegen Fürth vor zwei Jahren. Dann 0-4 in Leipzig. Jetzt ähnlich. 5-0 gegen Bochum. Jetzt 1-5 in Leipzig. Und am dritten Spieltag kam der SC Freiburg. Es gab ein 2 zu 3. Zweimal John getroffen. Der kann am Samstag nicht mehr für Freiburg treffen. Das ist die gute Nachricht. Aber kuriose Konstellation. Und vergangene Saison auch dritter, vierter Spieltag. 0 zu 1. Und ich erinnere mich, es kam eine Flanke von der rechten Seite durch den Strafraum. Anton hat sie irgendwie nicht aufgenommen. Müller war auch nicht da. Durchgerutscht. Und am zweiten Pfosten hat halt Vincenzo Grifo gelauert. Und das Ding da easy reingeschoben. Und es war ein unglückliches 0 zu 1. Glaube ich kein schlechtes Spiel. Aber so dieses typische Freiburg-Spiel. Und wie du sagst, individuelle Fehler haben es in der letzten Saison zu zwei Niederlagen geführt. Und zweimal durch individuelle Fehler, zweimal mit einem Torunterschied. Ja, das war typisch. Und ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit, diesen Schritt weiter zu sein. Du meinst also quasi, du hast zweimal in der vergangenen Saison verloren wegen individuellen Fehlern. Und weil Freiburg kälter und abgezockter war. Und jetzt ist es langsam mal an der Zeit, dass der VfB diesen nächsten Schritt macht. Nämlich auch individuell weniger Fehler macht. Abgezockter spielt. Cooler spielt. Weil es wird kein 4-3 gegen Freiburg. Nein, und ich glaube, das ist auch der Faktor. Du darfst sie nicht in dem Sinne so ins Spiel kommen lassen, dass sie quasi das Spiel dominieren. Dass sie das Spiel machen. Der VfB ist, glaube ich, gut beraten, wie in der ersten Halbzeit gegen Leipzig aktiv zu sein. Das Spiel zu gestalten. Immer wieder überführig die Wege auch zu suchen. Teilweise mit Millot. Ich weiß nicht, ob er dann spielt. Aber auch ein Faktor könnte sein, Christian Günther. Der hat sich seinen Arm nochmal angebrochen. Der wird fehlen. Als Linksverteidiger ist natürlich auch eine Bank eigentlich bei Freiburg. Könnte über die rechte Seite was gehen. Heißt, über die Silas-Seite. Wird wahrscheinlich wieder Kübler auf links spielen. Auf rechts der junge Franzose Sildillia. Auch da könnte Chris Führig vielleicht. Der hat ja auch gegen Dortmund ein, zweimal gewackelt in der letzten Spielzeit. Da könnte schon was gehen. Freiburg ist die beste Mannschaft letzte Saison gewesen, was Standards anbelangt. Ich glaube, über 20 Tore. Also die musst du gut verteidigen. Und dann mit Gerasi hast du einen, der die Dinger halt vorne machen kann. Das war bei Bremen letzten Spieltag auch eben die Krux, dass sie das Ding nicht reinbekommen haben. Einer war quasi, wo Füllkrug einmal durchkam nach einem Standard und dann per Volley Innenseite abgeschlossen hat. Dann war Artubolu, der neue Torwart, schon geschlagen. Aber halt Kübler hat das Ding noch von der Linie geklärt. Und eben ein Faktor, am Samstag war es nicht der Faktor. Noah Artubolu, neuer Mann, 21 Jahre, neuer Keeper, hat gegen Hoffenheim eine Schwäche gehabt. Das Ding war drin. Glück für ihn. Hat nicht gezählt. Abseits. Wenn der, und der hat auch gewackelt im Pokal, wenn der ein, zweimal mit den Fans im Rücken vom VfB zu flattern anfängt, ist da auch noch, glaube ich, eine Chance, dass da so ein bisschen eine Verunsicherung entstehen kann. Der Typ ist unglaublich stark, ist ein wahnsinniges Viech, aber ist halt noch sehr jung. Diese vermeintlichen Türöffner musst du halt nutzen, Freiburg zu knacken. Die sind Innenverteidigung halt stark, die sind eingespielt, wie du gesagt hast. Die haben mit Höfler jetzt wieder nach einer Rotsperre einen dabei. Die können sich die Bälle dazuschieben, Eggestein, guter Sechser. Oft kriegt Grifo den Ball, kriegt ihn dann, zieht da irgendwie nach innen und schließt ab. Du musst die Abschlüsse von Grifo vermeiden, weil er halt einfach einen guten Rechten hat. Vorne ist Dohan ein bisschen am wuseln. Da wird wahrscheinlich Zagadou seine Probleme haben mit einem kleinen, wendigen Japaner. Aber du musst das Spiel selber machen. Du musst selbstbewusst rangehen, du musst nach vorne spielen. Sie haben es richtig gut rausgespielt, finde ich, auch gegen Leipzig mal von hinten rechts mit Stenzel auf Ito, weiter auf Führig und so. Diese Wege auch durch die Mitte teilweise zu kommen, wie bei Bochum. Klar, die waren offen wie ein Schollentor. Du hast dich gefragt, was machen die da in der Innenverteidigung. Das wird bei Freiburg vermutlich nicht passieren. Aber du hast den Speed. Du hast auch vorne einen, der irgendwie schnell wendig ist mit Führig, mit Silas, die ein bisschen wirbeln können. Freiburg hat nicht seinen Stammriegel hinten mit den vier. Von dem her geht da schon was. Und ich glaube, ein Punkt ist drin. Mindestens. Also ich glaube, der VfB hat gegen Freiburg die Chance zu zeigen, was sie können, wie weit sie in der Entwicklung wirklich sind, ob sie vorangekommen sind. Weil ich glaube, Freiburg ist schlagbar. Ich glaube, der VfB kann dem SC auf jeden Fall auf Augenhöhe begegnen. Die Frage ist nur, ist der VfB endlich auch mal so abgewichst, so abgezockt, so kalt wie Freiburg. Und wenn sie das sind, dann glaube ich, hat der VfB gute Chancen, da was mitzunehmen. Deswegen lass uns doch, Bolli, zu den Tipps kommen. Du klangst gerade relativ positiv, glaube ich. Also du hast ein paar Punkte schön aufgezählt, wie Freiburg zu knacken ist. Was tippst du denn? Wie geht das Spiel aus? Also ich habe letzte Woche schon gehört, Daniel war sehr positiv mit seinem 2-2. Ich bleibe jetzt auch mal vorsichtig positiv. Ich glaube nicht, dass es zu einem Sieg reicht irgendwie. Ich glaube, dazu ist der VfB noch nicht weit genug. Jetzt gerade vielleicht auch mit Stiller und dieser Veränderung müssen sie erstmal reinkommen. Aber ich tippe auf ein Unentschieden. Ich tippe auf ein 1-1, dass es zumindest zu einem Punktgewinn reicht. Dann hätte man vier Punkte nach drei Spielen. Das wäre, finde ich, ein sehr ordentlicher Saisonstart für den VfB mit Gegnern wie Leipzig und Freiburg. Und dann wäre das Ding quasi schon mal geritzt, was den Saisonstart anbelangt. Und beim VfB ist ja schnell Hyperventilation im Verzug. Und ich hoffe, dass ich dann, der Kollege macht die Sendung am Montag. Johannes, oder? Ja, genau. Nicht zum fünften oder sechsten Mal in Folge dann als Derby oder, das ist ja kein richtiges Derby, BW-Duellverlierer. Das wäre mal wieder an der Zeit. Und ich glaube, ich traue dem VfB mit dem Publikum im Rücken, mit einer selbstbewussten Art zu spielen und auch nur dann ein 1-1 zu. Ich traue dem VfB mehr zu. Ich glaube, sie trotzen den Widerständen. Ich glaube, das 1 zu 5 in Leipzig war ein Weckruf. Ich glaube, Sebastian Hoeneß ist ein sehr reflektierter, kluger Kopf. Der wird das richtig einordnen und die Mannschaft dementsprechend einstellen und auch anpacken. Ich glaube, es ist an der Zeit, diese sechs Spiele-Sieglosserie in Folge so richtig zu beenden. Endlich mal zu gewinnen gegen Freiburg. Ich glaube, dass es dem ganzen Umfeld der Mannschaft guttun würde. Jetzt auch nach Transferfensterschluss. Kirasi bleibt. Spielt dann am Samstag, am 2. September quasi. Trifft auch. Es wird einfach Zeit. Das Transferfenster läuft gerade bitter für den VfB. Es ist kein Geld da. Das ist alles frustrierend. Wer kommt, wer geht. Das ist alles nervig. Das findet am Samstag ein schönes Ende für den VfB. Der VfB gewinnt 2 zu 1. Dreht den Spieß um. Ist selber eklig, giftig, aggressiv. So wie in der ersten Halbzeit gegen Leipzig. Schafft es aber über fast 90 Minuten. Fast, weil sie kriegen auf jeden Fall einen Treffer wieder. Sie werden nicht zu Null spielen. Deswegen tippe ich auf ein 2 zu 1 für den VfB. Was tippt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare. Wie geht das Spiel aus? Wie kann der VfB den SC Freiburg schlagen? Und dann teilt uns doch mit, ob ich mit meinem Siegtipp oder Bolli mit seinem unentschieden Tipp, ob sie da richtig liegen. Und Bolli, dann bist du ja jetzt wohl nicht am Start am Wochenende und machst kein Dein VfB am Montag. Schade, oder? Das ist schade. Heulst du ein bisschen dann? Ich bin auf einer Hochzeit. Ich bin am Samstag auf einer Hochzeit. Werde mir das Spiel dann im Nachgang vielleicht nochmal anschauen. So ein bisschen spickeln werde ich auf jeden Fall. Trotz Vermählung und Ringtausch und was weiß ich. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Schade, ich wäre gerne im Stadion. Ich glaube, das ist schon so ein Spiel, so ein Heißmacher auch, wo man vielleicht nochmal motivierter sein kann als VfB und auch die Fans vielleicht nochmal ein bisschen mehr da sind zu zeigen. Nummer 1 in Baden-Württemberg ist schwierig, aber wer weiß. Diese Saison Freiburg hat perfekt gestartet schon wieder. Sechs Punkte. Wie gesagt, wenn auch kein Hurra-Fußball. Das kommt vielleicht auch noch dazu. Aber ich glaube, du musst einfach diese Wucht zeigen, mitnehmen und dann wenn es sein muss, wie du sagst, mit 2-1, wenn es in der 90 plus dreimal für den VfB ist. Das wäre halt mal an der Zeit. So sieht es aus, glaube ich nämlich auch. Dann machen wir die Podcast-Folge zu. Danke euch fürs Reinschauen, fürs Reinhören. Super, dass ihr am Start seid. Wie immer, gebt uns Feedback auf die Sammelmeladresse vfb.zvw.de. Schreibt in die Kommentare, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, was können wir besser machen. Wie fandet ihr den Bolli? Der Bolli hat es auch verdient, Feedback zu bekommen. Schreibt uns auf Social Media. Und natürlich holt euch die ZVW-News-App. Da könnt ihr den Push-Kanal VfB einstellen. Kriegt ihr alle meine Texte. Und dann ab nächster Woche auch wieder von Danny Gallen. Kriegt ihr alle Texte aufs Handy gepusht. Und Bolli seht ihr bei deinem VfB. Schaut mal vorbei auf YouTube. Da seht ihr dieses neue Format. Ich finde es immer sehr amüsant, das anzuschauen mit Witz. Diese Wespen-Szene, wo quasi der VfB-Fan die Wespe an der Lippe hat und du dann so ins Video reinkommst und die wegpusten willst. Höchste Eisenbahn. Höchste Eisenbahn und natürlich super Videoschnitt. Ich werde mich nämlich jetzt auch ans Videoschneiden machen. Ich werde diese Podcast-Folge schneiden. Werde sie veröffentlichen. Seid es nicht zu böse mit uns, wenn wir im Transfermarkt daneben liegen und da jetzt doch noch am Mittwochabend der Transfer XY passiert, den wir nicht auf dem Schirm hatten. Bolli, unsere beide Stärke liegt nicht auf dem Transfermarkt. Ich bin schreibender Journalist, du bist Fernsehjournalist. Ich arbeite für die Zeitung. Unser Ziel ist es nicht, jedes Transfergericht zu wissen und zu kennen. Das vielleicht mal zur Einordnung. Fabrizio Romano 2.0, wollen wir nicht sein. Ist nicht unser Anspruch, will ich nicht sein. Selfies mit Harry Kane, brauchen wir nicht. Nein, auch kein Here we go. Ich brauche auch kein Sadio Mane Video, wie er ankommt in einem roten Audi. Er es dann aber gar nicht ist. Nein, Spaß beiseite. Danke euch fürs Reinhören. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bleibt anständig. Wolf Fuss würde sagen, bleiben Sie sportlich. In diesem Sinne, ciao, adios. Adios, ciao, ciao.